Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom 1. Dezember. Wir müssen 5 Fische mit Essen fangen. Wir müssen Fort Mercer besuchen, einmal. Geier müssen gerupft werden, 3. Und Fort Mercer befindet sich hier, wie ihr seht. Und Geier kann man da auch in der Umgebung finden. Hinterhalt erfolgreich abgewehrt, einmal ist im Video drin. Pferde gefüttert, oder besser gesagt, euer Pferd 5 mal gefüttert. Jawohl. Spieler in Frieroom Events mit Sprengstoff getötet, 3 mal. Dazu reichen eigentlich 2 Dynamitstangen, wenn er es vernünftig macht. Waffen mit Waffenöhe gereinigt, 3 mal. Und ich habe hier nochmal drin, Vogeleier vom Baum schießen. Und den Verfolgungspfeil ist hier mit drin. Und auch die Herstellung vom Verfolgungspfeil ist jetzt mal im Video mit drin. Bei Hinterhalt unterscheiden wir grundsätzlich 2 verschiedene Sorten. Da gibt es einmal den Hinterhalt, wo Banden am Wegesrand stehen können und euch sozusagen überfallen. Das ist ein Hinterhalt. Oder eine Hilfe suchende Person, wie hier in diesem Fall, entpuppt sich auf einmal als Lockvogel, die euch in einen Hinterhalt lockt. Und das ist hier der Fall heute früh gewesen. Das war mein Hinterhalt nördlich von Strawberry in der Nähe der Wollestation auf dem Weg zur Hanging Dog Ranch. Und das ist relativ schnell erledigt gewesen heute. Nicht mal eine Minute hat das gedauert. Dann waren alle Banditen am Boden. Sie mussten nur einmal Tonika einwerfen. Und dann war der Hinterhalt erfolgreich abgewährt. 0,5 Gold eingesackt. 200 XP. Einen Goldzahn. Eine Seidenpflanze. Und das Ganze war hier an dieser Location. Andere Location in der Nähe von Strawberry. Das ist hier. Da könnte ein Hinterhalt sein. Und dann auf dem Weg auf der anderen Seite zur Hanging Dog Ranch. Dort oben in der Nähe von Big. Wo Big Valley steht. Da links davon kann das auch passieren. Und wer noch mehr Location braucht. Natürlich in der Playlist sind Videos drin mit Hinterhalte und Pferd füttern. Heute fünfmal ist auch schnell passiert. Äpfel, Birnen und Mais. Was ihr alles so dabei habt. Aber auch Pilze glaube ich gehen. Und wer nicht weiß was er füttern soll. Hier die Location Bright White Manor. 15 Äpfel für Frischware. Oder natürlich Pferdefutter. Und das sind hier die Fische die ich mit Brotköder heute früh aus dem Wasser rausgeholt habe. Ich versuche ja immer so wenig Konserven wie möglich euch anzubieten. Also Konserven in Form von Videos. Also das alles frisch heute früh gemacht am Ovangila See mit Brot, mit Mais. Oder was gibt es noch Käse. Könnt ihr auch nehmen. Das sind die Esssachen. Und wir waren gestern mit Plastischen 4 wieder unterwegs im Trupp. Und haben natürlich die eine Spielfigur hochgelevelt. Und dort konnten wir auch das Ei aus dem Baum rausschießen. Aber da kam noch extra der Hinweis. Bei Playstation 4 muss ich sagen. Bei welchen die unter Level 20 sind denke ich mal. Dass man das mit Warment Gewehr macht. Oder mit dem Kleinwild Pfeil bei Bogen. Und das wird da jetzt angezeigt. Das hatte ich damals nicht gehabt. Und das war ja schon Verfolgungsfall gewesen. Also Verfolgungsfall. Die Person einmal anschießen. Dann zählt das schon. Und ich zeige euch jetzt wie man den Verfolgungsfall herstellen kann am Feuer. Und ihr braucht dafür Indianertabakpfeile und Geruchsdrüse. Geruchsdrüse bekommt ihr zum Beispiel von der Bisamratte. Bisamratte habe ich heute früh abgefasst von der Bisamratte. Und dann könnt ihr Verfolgungsfalle herstellen. Aber nur wenn ihr die Broschüre für Verfolgungsfalle schon erhalten habt. Und die Broschüre für Verfolgungsfalle, die gibt es nicht so einfach. Da müsst ihr Level 5 erreichen bei Kopfgeldjäger. Und zwar ist das dann da. Und die hat, ich weiß gar nicht, ob ich dafür 450 Dollar für bezahlt hatte damit. Jedenfalls habe ich die in meinem Inventor. Ja, und jetzt kommt noch natürlich das Waffenreinigen mit Waffenöl. Wenn ich daran denke, es gibt auch ein Video mit Waffenöl, wo ihr Waffenöl finden könnt. Wenn nicht, macht ihr eine Suche. Dann findet ihr das Waffenöl-Video, wenn ich es vergesse. Fort Mercer hier nochmal angezeigt. Da müssen wir ja heute hin, war ich heute noch nicht. Und da in der Nähe gibt es natürlich, das ist jetzt Benedikt Point. Und da in der Nähe gibt es natürlich Geier. So, wir brauchen hier wieder drei Stück. Das finde ich immer eine Frechheit, weil manche suchen sich da dumm und dämlich. Sie suchen sich einen Wolf. Und wenn man sich keine Solo-Lobby macht, dann könnte es absolut schwer werden mit drei Geiern. Manche tun sich da leicht, aber ich weiß nicht. Drei Stück finde ich zu viel, absolut. Okay. Das sind jetzt hier drei Location. Zwei davon in der Nähe von Fort Mercer und eine in der Nähe von der Emerald Ranch. Und zwar da bei der Rinderfarm am Tunnel, sage ich immer. Das ist hier die Rinderfarm am Tunnel. Und da ist auch öfters ein Geier am Himmel zu finden. Wer noch mehr Geier-Location braucht, in der Playlist natürlich. Hier die Uhrzeit noch dazu. Und ich sage Tschau. Und ich sage tiff mir, Schau. Ich sage es euch dieser Gleier-Location.